Leute, ich brauche eure Adresse. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber ich will zu euch fahren. Und dafür brauche ich eure Adresse und die Telefonnummer von einem von euch beiden. Mindestens ein. Einfach wieder Moritz oder Matze, ist egal. Ich komme wahrscheinlich am Wochenende. Ihr könnt mich auch abholen aus Hamburg. Falls ihr das aber nicht wollt, kann ich auch mit dem Zug kommen. Das kriege ich hin. Ihr müsst mich dann vom Bahnhof abholen, weil ich nicht weiß, wie ich da laufen muss. Ich brauche eure Adresse. Nein, da brauche ich eure Adresse gar nicht mehr. Warte mal. Auf jeden Fall, ich brauche die Handnummer. Wir müssen das jetzt klären, aber ihr seid nicht online.